Mein Name ist Cassandra Steeley und ich möchte Ihnen meine Stadt vorstellen, die voller Frohsinn und Freundlichkeit ist. Na Derby, du hast dich aber rausgemacht. Was kann ich für dich tun? Ich warte auf ein Päckchen. Hier sind wir umgeben von Unendlichen. Weißt du es noch nicht? Weizen und Rapsfeldern. Der Postbote wurde ermordet. Scheiße. Wo ist die Post? Die wurde gestohlen. Schön. Wir haben hier also eine Videoaufnahme von einem Mord. Ja, Sir. Der erste Mord, der in dieser Stadt geschehen ist. Hast du wirklich ein Mördervideo? Und du kriegst echt das ganze Geld? Wie viel? Reicht fürs ganze Leben. Ich müsste nur noch die Leiche des Postboten sehen. Dann wären wir schon fertig. Übrigens habe ich heute mit dem Postinspektor gegessen. Aber vorher will er die Leiche sehen. Ach wirklich? Verfluchte Scheiße, was machst du hier? Dwayne! Du musst gut aufpassen. Halt dich an den Plan. Ich habe dich durchschaut. Du nimmst mit deiner Kamera ein Verbrechen auf. Und das macht sich auch noch bezahlt für dich. Ich habe zutiefst besorgte Bürger und ich habe einen Fall, dessen Puzzleteile zusammengefügt werden müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir sagen würdest, wo ich es finden kann. Mein Päckchen. Heute Nacht müssen wir hier abhauen. Da läuft jemand Amok. Und macht Jagd auf mich. Du weißt, ich sorge für dich. Du glaubst, du wirst Miss Cutback? Ich wäre stolz auf dich. Willkommen in Cutback, Montana, wo die Rockies auf die Plains treffen.